Die Agrochemie ist ein Forschungs- und Entwicklungszweig der Chemie und gleichzeitig ein großindustrieller Produktionsbereich. Ohne agrochemische Produkte wie Dünger und Pflanzenschutzmittel würde die Produktion von Feldfrüchten und Getreide bei wachsender Weltbevölkerung, geringer werdenden Anbauflächen und erhöhter Nachfrage nach Biokraftstoffen die weltweite Nachfrage nicht befriedigen. Geschichte Schon seit Beginn des Pflanzenbaus sucht der Mensch nach Methoden, das Pflanzenwachstum zu verbessern und das Saatgut und die Ernteverschädigungen zu bewahren mit dem Ziel, die Ausbeute und Qualität der Ernte zu steigern und die Ernährung der Bevölkerung sicherzustellen. In der Antike begann der Mensch sich chemischer Methoden, vor allem der Düngung, zu bedienen. Die Babylonier verwendeten organische Düngemittel wie Stammist oder Gülle sowie pflanzliche Produkte wie Kompost. Die Ägypter nutzten den bei Überschwemmungen zurückbleibenden Nilschlamm als mineralischen Dünger. Juma erwähnte um 800 v. Chr. in der Odyssee die Verwendung von Kudung als Dünger. Plinius der Ältere berichtete über die Verwendung eines kalkhaltigen Mergel als anorganischen Mineraldünger durch die Ubia sowie über die Gründüngung, bei der die Römer Hülsenfrüchte wie Ackerbohnen zur Bodenverbesserung unterpflügten. Der Boden, auf dem Ackerbohnen angebaut werden, freut sich gleich als ob er eine Düngung erhalten hätte. Plinius der Ältere Naturalis Historia im Mittelalter Am Ende des ersten Jahrtausends nutzten Menschen in Mitteleuropa Holzaschedünger als Lieferern von Kalium. Neben der ausreichenden Pflanzenernährung war die Vernichtung der Ernte durch Insekten und Pilzbefall ein ernstes Problem. Im Altertum setzten Bauern in Öl suspendierter Schwefel sowie Arsen als Insektizid ein. Um 1637 begannen die Menschen Methoden gegen den Pilzbefall von Getreidesammen zu entwickeln. Basierend auf der Entdeckung, dass aus der See zurückgewonnenes Saatgut keinen Pilzbefall aufwies, entwickelten sie eine Methode, Saatgut mit Salzwasser und Kalk zu behandeln. Im Jahr 1755 beschrieb Mazy Eutylit in seinem Werk Dissertation S.U.E.L.A.C.P.T.E.N.W.A.C.E.L.A.C.E.L.E.S.E.S.E.L.E.S.E.L.E.S.E.S.E.L.E.S.E.S.E.S.E.L.E.S.E.S.E.L.E.S.E.S.E.S.E.L.E.S.E.S.E.L.E.,E.S.E.S.E.L.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.L.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E. In seinem Essay on the Principle of Population die These, dass die Nahrungsmittelproduktion nur arithmetisch steigen könnte, während die Weltbevölkerung geometrisch wachsen würde. Demnach wird ein Zeitpunkt eintreten, wo die Ernteerträge nicht mehr für die Ernährung der wachsenden Erdbevölkerung ausreichen würden. Um dieselbe Zeit empfahlen Alexander von Humboldt den Einsatz von Guano und Thaddeus Henke den Einsatz von Schiele-Salpeter zur Düngung. Erste systematische Untersuchungen zur Agrochemie führte Justus von Liebig ab 1840 durch angeregt durch eine Hungersnot im Jahre 1816, dem sogenannten Jahr ohne Sommer. Er entdeckte, dass Pflanzenphosphor aus dem sogenannten Superphosphat erheblich schneller aufnahmen und damit eine landwirtschaftliche Ertragssteigerung möglich war. Liebig wurde zum Begründer der Mineraldüngung. Basierend auf seiner wissenschaftlichen Arbeit wurden vor allem in England und Deutschland Unternehmen gegründet, die mineralische Dünger herstellten. So wurde Superphosphat im Jahr 1846 in England und ab 1855 in Deutschland hergestellt. Des Weiteren wurden große Mengen von Salpeter aus Schiele sowie Guano aus Peru importiert. Kurz darauf wurde erkannt, dass Ammoniumsulfat ein Nebenprodukt der Kokerei sich als Stickstoffdünger eignet. Mit der Entwicklung des Haber-Bosch-Verfahrens im Jahr 1909 für das Fritz Haber und Karl Bosch mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet wurden, stand Stickstoffdünger im großen Maßstab zur Verfügung. Neben den wichtigen Mineraldüngerbestandteilen wie Stickstoff, Phosphor, Kalium wurde bald die Bedeutung der Spurenelemente wie Zink, Bohr, Mangan, Kupfer und Molybden entdeckt. Unkräuter wurden ab Mitte des 18. Jahrhunderts teilweise durch Salze wie Eisensulfat, Kupfersulfat und Schwefelsäure, später auch Natriumchlorat und die Nitro-Otokrisol bekämpft. Bis zur Entwicklung der Herbizids 2,4-Dichlorphenoxy-Essigsäure wurden Unkräuter jedoch meist durch mechanische Bearbeitung entfernt. Ab 1945 erfolgte die Entwicklung einer ganzen Reihe von Herbizid-Wirkstoffen wie Carbamad, Triazine, Sulfonyl-Harnstoffe und Aminosäure-Derivate. Schädlinge wie Phytoftore in Festansch vernichteten in den 1840er Jahren in Irland mehrfach die gesamte Kartoffelernte, was zu einer Hungersnot mit vielen Toten führte. Ereignisse wie diese führten zu einer intensiven Forschungstätigkeit auf dem Gebiet der Agrochemie. Anwendung Hauptprodukte sind Pflanzenschutzmittel wie Herbizide, Insektizide, Molluskizide, Beizen, Fungizide, sowie Düngemittel. Sie befasst sich mit Nutztier, Tiergesundheit, Schädlingsabwehr, Nutzpflanzenschutz und Düngung, Schadpflanzenreduktion und den chemischen Vorgängen in Land- und Forstwirtschaftlich genutzten Böden zur Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit. Als Wirkstoffe werden verschiedene Chemikaliengruppen eingesetzt. Zum Einsatz kommen neben rein organischen Stoffen wie Amiden, Aniliden, Kabamaten, Pyrethroiden oder Benzimidazolen auch organische Zinn- und Phosphorverbindungen, Mineralöle und viele weitere Stoffe. Eine Herausforderung stellt die Formulierung dar. Einsatzfertige Agrochemikalien bestehen häufig aus einem Gemisch mehrerer Wirkstoffe sowie Emulgatoren, Stabilisatoren und anderen Nicht-Wirkstoffkomponenten, die den Einsatz eines Wirkstoffes als Pflanzenschutzmittel erst ermöglichen. Führende Großunternehmen der Branche sind dabei, die Agrochemie durch die Biotechnologie und den Einsatz genmanipulierter Pflanzen zu ergänzen. Konzerne Multinationale Konzerne der Agrochemie sind unter anderem Monsanto, BASF Crop Protection, Bayer Crop Shines, DuPont FMC, Sungenta und die Chemisch eine Tochter Adama. Agrarchemie und Ökologie Die agrochemische Industrie steht im mitteleuropäischen Raum seit den späten 1980er Jahren im Kreuzfeuer der Kritik, mit ihren teilweise aggressiv auf den Weltmarkt gedrückten Produkten und der Förderung von industrieller Landwirtschaft ökologische und Nachhaltigkeitsgrundsätze zugunsten von Profitmaximierung zu verletzen und somit weltweit zur Förderung von Überdüngung, Bodenerosion und Auslaugung und der Einbringung von toxischen Stoffen in die Nahrungskette beizutragen. Oft wird Agrarchemie in der heutigen Ausprägung als unvereinbar mit Nachhaltigkeit und ökologischer Landwirtschaft betrachtet, wobei allerdings der gezielte und wohl dosierte Einsatz von Chemie kurzfristig helfen kann, Ernteausfälle und damit den Welthunger zu bekämpfen. Zudem ist eine Radikalabkehr von heutigen Praktiken kurzfristig auch kaum realistisch. Ziel muss es hingegen sein, neue, sanftere Konzepte gegen Raubbauanböden und Intensivtierhaltung zu entwickeln, siehe auch Ernährungssicherung.